Hallo, ich bin Erich Walker, Leistungssteigerungscoach und seit knapp vier Jahrzehnten als Spitzensportler, Therapeut, Mentaltrainer und Coach unterwegs. Würdest du gerne Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit in deinem Sport steigern wollen? Nicht nur um ein paar Prozent, um 10, vielleicht sogar 20 Prozent. Würdest du gerne deine Bewegungsabläufe so optimieren wollen, dass du nur noch halb so viel Energie dafür verbrauchst? Wärst du gerne mental so stark, dass du jederzeit deine Leistung auf den Punkt genau abrufen kannst? Würdest du dich gerne zwischen den Trainingseinheiten schneller und besser erholen können? Stell dir vor, du könntest genau dann, wenn es darauf ankommt, einen Turbolader in dir zünden. Wie das geht, zeige ich dir in meinem neuen Buch vier Fehler, die dir Energie rauben und deine Leistung ruinieren. Sichere dir jetzt ein Exemplar. Schau, ich habe Tausende von Menschen aus verschiedensten Bereichen betreut und begleitet. Dabei ist mir aufgefallen, dass alle immer wieder vier ganz gravierende Fehler machen. Fehler, die ihnen Energie rauben und ihnen nicht erlauben, ihr ganzes Potenzial voll auszuschöpfen. Und es tut mir in meinem Innersten weh, zu sehen, wie viel Potenzial so den Bach runtergeht und so viele vielversprechende Karrieren nie wirklich auf Touren gekommen sind oder sogar frühzeitig beendet werden mussten. Was vor allem schlimm daran ist, die meisten wissen es nicht einmal oder erkennen vielleicht an ihren Leistungen, dass etwas nicht stimmt. Basierend auf diesen Erkenntnissen und meinen Erfahrungen als Sportler und Coach habe ich dieses Buch geschrieben. Ich lege es dir wärmstens ans Herz, weil ich gebe darin einfache Tipps, wie du genau diese Fehler vermeiden oder eliminieren kannst. Möchtest du mit dem gleichen Trainingsaufwand mehr erreichen? Möchtest du deine Leistung auf einen neuen Level heben, damit du deinen Mitstreitern immer einen Schritt voraus bist? Davon bist du nur noch einen Schritt entfernt. Also, schnapp dir eins und lege los. Dein grosser Traum, dein grosses Ziel beginnt nicht irgendwo in der Zukunft. Es beginnt hier und jetzt. Dein grosser Traum von Genauist.